Musik Hallihallo! Wir haben vor, euch einfach mitzunehmen auf Alessandros Geburtstag, beziehungsweise hat er ja morgen Geburtstag, also am 18.9. und wir feiern aber morgen nur klein mit meinem Papa, seiner Freundin und meiner Schwester zusammen. Der Dennis muss leider arbeiten, das ist total doof, aber daran können wir leider nichts ändern. Dafür hat er sich Samstag freigenommen, denn Samstag am 21.9. werden wir dann groß feiern mit der kompletten Familie, außer halt mein Papa und seine Freundin, weil die leider nicht können. Aber alle anderen werden da sein und da freuen wir uns riesig drauf. Es wird dann eine sehr, sehr große Feier geben und ja, wir freuen uns total darauf und ich werde euch einfach mitnehmen auf die Geburtstagsvorbereitung für den Samstag halt und wie das Ganze dann aussieht und natürlich werdet ihr dann vom Samstag auch ein paar, ja, Ausschnitte sehen und ja, ich freue mich total, ich hoffe ihr auch und wir sehen uns dann spätestens morgen in einem Geburtstags-Follow-Me-Around. Bis morgen!